Das Kartenset Digitale Kompetenzen von Lehrpersonen kann als Instrument für die Selbsteinschätzung von Lehrpersonen und für Zielvereinbarungsgespräche mit der Schulleitung genutzt werden. Als Vorbereitung auf die Zielvereinbarung kann sich die Lehrperson mit der Breite der benötigten Kompetenzen auseinandersetzen und eine Selbsteinschätzung vornehmen. Auf der Vorderseite jeder Karte wird der Kompetenzbereich beschrieben. Auf der Rückseite werden einige typische Indikatoren aufgelistet und über den QR-Code oder die Kurz-URL wird eine Webseite zum Thema aufgerufen mit einem kurzen Einführungsvideo, inhaltlichen Ressourcen für die Vertiefung der Kompetenzen und Angeboten der PH Zürich zum Thema. Am Zielvereinbarungsgespräch kann mit den Karten eine Auslegeordnung gemacht werden. Wo habe ich Weiterbildungsbedarf und wie könnte ich diese priorisieren? Diese Auslegeordnung kann dabei helfen, die Entwicklungsschwerpunkte zu konkretisieren. Idealerweise schließen sich Lehrpersonen mit ähnlichen Lernvorhaben zusammen und werden bei Bedarf vom pädagogischen ICT-Support begleitet und unterstützt. Die Dokumentation des Lernprozesses kann dann wiederum als Grundlage für das nächste Zielvereinbarungsgespräch genutzt werden.